So, das ist Herrn Ole mit seinem neuen Hobby, ne, hat noch die Presse auch dabei, das ist Franko mit seinem alten Hobby, das ist Stefan mit seinem neuen Hobby, Lars doch dein neues Hobby, heute keine Kameras, nein, der Lichtraucher, mein Vorbild von Lichtrauchern, die letzte heute, das sind die beiden netten Damen, wie heißt du? Tanja, das ist Tanja und? Teresia, aber ihr könnt mich Resi nennen, ja, und wir holen uns heute ab und gucken wir mal, was das heute wird, gestern war es schon mal sehr geil, es war sehr voll, es war wie immer, heute wird es auch wie immer. Das war aber nicht alles, es war wie, ja, alleine, bitte, 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 Leute, 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 Leute Wir sind schon wieder schön! Wir sind schon wieder schön! Wir sind wieder schön! Wir sind wieder schön! Was ist die Nummer? Vogelabend, steckst du! Was ist da? Jan Ole, hier nen Sohn... Mit dem guten alten Chef auch zusammen. Also machen wir das nämlich hier. Und das ist nämlich... Sonja, Lady Sonja. Ihr Vorbild. Du hast das nämlich manchmal hier. Und das? Ja. Das ist jetzt noch... Frankobox, lebenslanger, lebenslanger, musikalischer Denkbegleiter. Ich bin Leiter. Prost, du Sack! Du Sackchen! Scheiße. So geht das so. So kann man das so machen. So! Oh! Wenn der Stefan da will, den Tötet haben. Kannst du bitte den Namen machen. Verwunden? Oh, verdammt! Ah! Das ist er gewohnt. Und diese beiden hier, sind nämlich hier jetzt aus Österreich. eingeflogen. Fresh from the beach. Das ist der einzige Star hier des Abends. Mit dem muss ich einmal ein Foto haben. Ja! Rock'n'Roll, man! Hamburg! Oh! Oh! Ah! Ah! Ah!